So, ok, so, ja, war der Zeit ein bisschen ruhig, bei Schule und so, jetzt geht's weiter, back to the tone, ähm, da da da, doom for doom, record, back to the tone, klingt richtig, sollte auch richtig sein. Ja, 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 alles korrekt. Ok, ok, ok. So. Ich geb die gleich von Rage. Ah, ok. Äh, wo bin ich hier? Oh, komm mal runter. Äh, da kann man nicht. Aufnehmen, 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 aufnehmen. Gut, irgendwie werfen wir runter. Oh. Ähm. Guck mal, hier ist der schon wieder. So, na komm, wo bist du? Einer war da noch. Lach ich doch. Okay. Ja. Ich muss mich nur dran erinnern, dass Bexu das so ein Item war, wo man normalerweise nicht springen kann. Ja, genau. Mach das jetzt mal wieder durch. Danke dafür. Hier. So, hier geht's rein. Da geht's mal. Ja. Da geht's rein. Ist hier immer? Nein. Gut. Hier geht's weiter. Aha. Hier ist schon jemand gestorben. Ja. Okay. Mhm. Ja. Oh. So. Da ist wohl noch jemand. Hallelu. Ja. Das sag ich alles deiner Mutter. Oh. Äh. Nachfahren gibt's ja hier nicht. Äh. Ja, da geht's raus. Ich muss mich mal wieder dran gewöhnen, hier nicht so schnell so rum zu gucken. So hier so. Weil das dann auf dem Video keinesMA mehr nachvollziehen kann. Das Problem ist halt, dass ich spiel normalerweise immer so extrem schnell so... Deswegen hab ich mir meine Mausgeschwindigkeit auf quasi Maximum. Weil, ja, ich mag's halt so. Ich komm damit halt besser, klar. Als wie, dass ich meine Maus auf dem Mauspett hier drei Kilometer bewegen muss, nur damit ich mich um einen Grad bewege. So, okay, also hier geht's auf jeden Fall weiter. Das war mir schon fast klar, ganz viele Spinnen, leck mich. So, die einzige Alternative, die wir hatten, war aber die andere Tür, wo ich jetzt gerade schon drinnen war. Oder? Genau, das war die Tür hier vorne, die da, genau, okay. Gut, dann haben wir hier also soweit alles durch. Dann kann ich also ruhigenden, was, ruhigenden Gewissens, egal, zu den Spinnen gehen. Hello, hello. Oh, man hört schon. Oh, ich verstehe da einen. Autsch. Alter, Mädel. Thank you very much. Mist geworden. So, das gibt's hier noch so. Als LRs kommen mal die hinten weg. Oh. Interessant. Abgestorger, ich werde ja angegriffen. Von wo denn? Ah, hallo. Hallo, Family 4. Ah. Na, schau mal da. Meine ganze Rüstung ist weg. Na gut. Auch kein Problem. Hier war ja irgendwo welche. Äh, genau. Danke schön. Ansonsten haben wir auch noch über 40.000 Credits. Das heißt also, es sollte kein Problem sein. Ach, die schauen immer noch solche Dinger. Wo sind die? Oh. Äh. Was macht die da hinten? Dann gehen wir die mal besuchen. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Wow. Ha. Da ist er ja. Da kommt er. Noch einer? Nein. Ist nur der eine hier. Oha. Das wollen wir mal nutzen. Aber jetzt mal gucken wir, wo wir hin müssen. Es geht endlich nur hier rein. Ach du Kacke. Na komm. Oha. 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 Greift er hier einfach seine Freunde an? Ich glaub ja. Ich bin doch jetzt einer von denen. Schwein. Oh, der ist im Mond. Ah ne, ist ein Planet. Ist schon wieder. Ist ja kein Mond. Oha. Meine Brau ist vorbei. Schnell in sicheres Gebiet. Wow. Und einmal sichern. So. Okay. Hier hat sich von... Ich dachte schon, da hat sich was geöffnet. Hier ist nichts. Oh. Äh, hier ist das Ende der Welt. Hä? Aber für... Für ein Planet sieht das ultra seltsam aus. Ich meine, warum sollte ein Planet nur außen leuchten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht sowas von überhaupt keinen Sinn. Vor allem, das kann ja auch kein Mond sein. Man sieht ja. Die Umlaufbahn der, 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 also quasi der Asteroidengürtel um den Umkaneten. Der ist aus unserer Perspektive her schräg. Das heißt also, der Mond kann gar nicht von uns aus gesehen direkt davor sein. Also das ist unfähig. Naja, naja. Aber es sieht cool aus. Von daher lassen wir das mal. Oh. Da hat wohl jeder noch nicht genug gehabt. Egal. Wir bieten unser Service für alle an. Komm mal ja. Autsch. Genau. Renierlaufen. Ich glaub's nicht. Hm. Mhm. Hier ist die grüne Welle. Wohl bekommt's. Weißt du, warum ich das gerade aufgesammelt habe? Ah, das ist eine Doppel-Shutgun. Eine Super-Shutgun. Ja. So. Dann gehen wir mal. Wo waren wir? Achso. Ähm. Ah. Das war wahrscheinlich unser Shotgunner, der uns gerade angegriffen hat. Ah, genau. Hier war ich. Hier war ich. Interessant. Ja. Ja. Okay. Genau. 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 Ja. Was? Wie geht's? Was? 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 Das war doch klar. Oha. Ich will nicht mehr. Ha. Bitch. Pli. Wow. Du Wernsohn. Wie bist du? Komm her. Noch einer. Ich glaub's ja. Na komm mal. Komm her. Danke. Komm die da um einfach aus der Tür raus. Ich glaub's ja nicht. Hä? Ach hier bin ich jetzt! Schau mal einen an. Ja genau! Lol. Nice. Wie interessant! Ach du Kacke, nein 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 nein. Nein, ich kann die weg, ich kann die weg, oh mein Gott, oh mein Gott. Wow, ich bin runtergefallen. Äh, dahin. Oh mein Gott. Autsch. Mit dem Scope hier ist es so extrem schwierig, Entfernungen abzuschätzen. Oha. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Vielleicht sollte ich auch mal die verwenden. Das würde auch mal leider, das würde die Sache etwas einfacher machen. Ich habe noch 140 Leben, das ist nicht so viel. Vor allen Dingen in Anvertrag dessen, dass ich keine Luft mehr habe. Danke dafür. Ich werde schon wieder so, achte hoch. Ja genau, bitte mal gehen da drum. So, da komme ich noch nicht hin, also zumindest nicht offiziell. Habe ich da gerade einen Laser-Type gesehen? Ah, hast du davon. Bitch, please. Oh mein Gott, oh mein fucking Gott, oh mein fucking Gott. Immer wieder gern. So, die Frage ist nur, achso hier, klar, hier sind ja Türen. Gut. Äh, vorhin nochmal gucken, ob es da noch einen anderen Weg gibt. Hier, oh, ja da geht es weiter. Okay, da geht es einfach auf weiter. Die Dinger gehen wahrscheinlich auf. Also da kann man durch. Oder sind fallen, je nachdem. Aber hier gab es noch einen anderen Weg. Das war hier nur einer von den beiden Wegen. Gucke ich mal noch, wo es hier noch lang ging. Ähm, ja, kann ich. Ja komm, du auch. Wo komme ich hier? Oh, oh, nice, nice. Gut. Mal schauen. Speichert ist immer gut. Ähm, danke. Als wenn ich erst gewusst hätte. Ah, das war dumm. Das ist doch immer so springen, bitte. Ja mal. Da leckt mich. Danke. Achso. So, was habe ich jetzt hier mit drauf gemacht? Ich habe keine Ahnung, aber das ist schon mal das Ende. Aha. Geht jetzt auch wieder so runter. Runter, fahr links, da boh. Was ist das denn? Ah. Interessant. Aha. Hier bin ich aber so hier. Ah. Gut, hier komme ich noch nicht rein, aber da unten ist ja die blaue Karte. Ah, hier kann ich jetzt auch runter. Ich gehe aber trotzdem mal zurück. Ich wüsste nämlich gerne, wofür der hier ist. Okay. Okay. Ja. Ah, da update. So, gut. Na, bei den beiden freue ich mich jetzt eher weniger. Ich hoffe, ich kriege sie, ohne dass sie mich kriegen. Oh, fuck, Alter. Denk jetzt teuer nicht. Oh, ne, es wird nichts. Oh, man. Töpfeil. Danke. So. Jetzt gucken, da hinten müssten denn... Oh, Gott, ich hab ja zu dir. Ah, perfekt hab ich sie. Danke, 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 danke. Aha, da ist ein Knopf. Wow, wie hochqualitativ. Ich bin beeindruckt von der 3D-Leistung meines Rechners. Das sind mindestens 500.000 Pligone. Oh. Oh, Junete Yellow Key. Ach, leck mich doch. Yellow Key, Alter, ich beziehe doch kein Yellow Strom. Das ist doch nicht mehr, das ist doch nicht meine Liga. Mhm. Äh, was? Ach ja. War ich hier bereits? Es sieht so vertraut aus. Ach, dafür ist der Schalter. Interessant. Oh, ne, hier sind die zwei Schalter. Hä? Oh. Ah, wow. Okay. Jetzt macht das auch Sinn. Da hat es uns kein Wunder, dass der Schalter nichts gemacht hat. Fuck. Ich könnte nämlich wetten, dass das Sinn hat. Denn wenn das keinen Sinn hat, dann wird es relativ sinnlos. Mann, Alter. Na los, aktivieren. Alter, jetzt reicht es mir. Hm. Ah. Okay. Okay, wieder was gelernt. Hä? Hä? Die hat sich alle verrückt geworden? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Äh, die hier. Ich nehm's über die hier. Die ist präziser. Leck mich. Danke dafür. Oh. Hier geht's irgendwie wo rein. Zu einem Punkt, wo ich noch nicht war. Wie kommt man hier normalerweise hin? Das war nämlich ein Sequel. Und ich bin gerade gesprungen. Das heißt, also normalerweise würde ich hier nicht hinkommen. Also, wie kommt man denn normalerweise hin? Alter, wow. Oh. Okay. Also, so kommt man zumindest jetzt drüber. Ich probiere mal ganz kurz was. Ne. Mit jetzt rennen kommt man normalerweise auch nicht drüber. Ha. Okay. Verste ich nicht. Verste ich nicht. Na gut. Gut. Wir gehen jetzt hier hin. Nur zu einem Kl... Achso. Hier gab's also auch einen offiziellen Weg rein. Okay. Interessant. Ich drehe mich schon wieder so schnell um. Meine Fresse. Oh. Mal schauen. Da geht's nicht weiter. Okay. Jetzt soll ich mich komplett verlaufen. Wo ging's denn? Ach ja. Ich brauch die blaue Karte. Hier muss ich hin. Und dann auf den Weg zur blauen Karte. Der war hier und dann ging's. War das selber recht, wo ich gerade war? Die orange Tür, die ich gerade versucht habe, von der anderen Seite zu öffnen? Muss ich mal merken, dass es da ein bisschen Material gibt. Wo ist der jetzt? Ne. Ähm. Hier? Nein. Oh. Mega-Health. Ich bin verwirrt. Wo muss ich lang? Hier einmal hoch. Aha. Oh mein Goooood. Oh mein Goooood. Ich will dich einfach gegenseitig umbringen. Ich glaub's nicht. So, okay. Jetzt hab ich die blaue Karte. Mit der blauen Karte kann ich zu irgendeiner beliebigen blauen Tür. Die Frage ist nur, wo ist deine blaue Tür? Ich mein, ich selber würde gerne mal blau. Aber das tut jetzt hier nicht zur Sache. Von wo aus guck ich jetzt gerade? Ich guck von da. Dann geht das noch da. Das ist das da. Okay. Wie komm ich? Komm ich zu der... Ich versuch jetzt mal, ähm, ich versuch jetzt mal, hier zu gehen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Äh, ich hab keinen Plan. Komm ich dahin. Willst du? Erstmal hier hoch. So, hier geht's. Ach du Scheiße. Was zum? Ach nein. Bitte nicht. Äh, wo? Mädel. Mädel. Oh Gott. Wow. Der Dio ist gestockert. Komm her. Bleib hier. Wo bist du? Autsch. Hab ich's geschafft? Ich glaub ich ist weg. Wow. Boah, Alter. War das gut? Danke. Okay. Oh. Mhm. Noch mal Falle? Sieht erstmal nicht so aus. Okay. Okay. Gut. Jetzt weiß ich grad aber nicht mehr, wohin ich eigentlich unterwegs war. Ah. Los. Ah ja, kommt drücker her. Kommt drücker her. Kommt drücker her. Ich wollte endlich erstmal zu der anderen Tür. die Tür schließt sich. Die Tür schließt sich. Omega. Ach du Kacke. Ah komm. Ich würde zwar eigentlich den Knopf drücken, um das Gewehr, äh, um die Tropflinte auch so will, die hier. Aber gut. Die Minigun hat aufgebracht. Kommt drücker her. Wow. Kommt drücker her. Wow. Kommt drücker her. Kommt drücker her. Danke. Oh, das muss ich ein bisschen aufräumen. Wo bin ich überhaupt? Ich wollte es doch noch gar nicht sein. Ich gehe jetzt mal wieder zurück. Es ist mir ein bisschen zu heißes Pflaster. Wobei ich grad sagen muss, meine Vitalwerte gehen eigentlich gerade. Also, volles Leben und fast volle Rüstung, das ist gut. Ich muss in diese Richtung, glaube ich. La la la. Dankeschön. Jetzt muss ich in Hillock? Ja. Okay. Aha. Ja, das sieht richtig aus. Ah. Oh. Was denn? Och du Scheiße. Och nee. Genau aus diesen Gründen sollte man nicht speichern. Stopp doch einfach mal. Oh Gott, ich bin gleich tot. Wo denn? Wo haben wir jetzt die Waffe hier? Da hier, da. Hier doch. Bam. Und jetzt recht so lange an hier. Weg mit dir. Hotze. Ah. Och alter, jetzt ist aber mal gut hier. Was fickt die Wand an? Alter, ernsthaft? Das geht's doch gar nicht. Ich war fast perfekt. Ich war fast perfekt. Oder besser gesagt, ich war quasi perfekt. Wo kam die denn jetzt her? Aber die ist doch genau lang gelaufen. Oh wow. Ja. Ja. Ah, das geht doch. Ach, das geht doch gar nicht mehr. Genau den Weg bin ich doch gerade gekommen. Alter, ich hasse solche Sachen. Na gut. Wenn das Spiel scheatet, kann ich aufschließen. Danke dafür. Meine Fresse. Jetzt haben wir immer noch über 40.000 Credits. Wir kriegen hier viel zu viele Credits. So. Hier ist noch was Blaues. Durch das ganze Rosa sehe ich überhaupt nichts Blaues mehr hier. Aber ich sehe auch nichts. Äh, hier sollte das sein. Hier ist aber nichts. Das heißt also, es ist wahrscheinlich ein Ausgang für ein anderes Secret. All die Klappe. So. Dann gehen wir mal hier weiter. Aha. Nein, da gehe ich noch nicht hin. Ich gucke mich erstmal hier um. Da ist auch zu. Sind also wahrscheinlich wieder Fallen. Äh, ja. Oh Gott. Jeder der schon mal Doom gespielt hat, weiß was das hier ist. Ihr müsst euch das hier als Fahrstuhl vorstellen. Und hier werdet ihr jetzt mit dem Dinger hier rauf und runter fahren. Und dann wisst ihr genau was es ist. Habe ich es gesagt oder habe ich es sag ich doch? War doch klar. Leck mich doch auf mir. Komm her. Oh ja, wo ich bin denn jetzt? Boah. Das war dumm. Wo denn? Oh, alter. Hä? Noch einer? Wo denn? Hä? Hallo? Wo? Wo ist der denn jetzt hin? Da hinten. Fick die Wattern. Da ist hier von der anderen Seite, oder? Ah. Keine Ahnung von der jetzt, warum der aber zumindest ist es naheliegend, dass hier auf beiden Seiten einer war. Aber wie kommt der denn hier raus? Hat der mich schon berundet, oder was? Arschloch. Danke, danke. Na komm her. Hä? Achso, bin ich voll. Da bin ich voll, dachte er. Und kannte keine Grammatik mehr. Yeah. Ja. Okay. Und wir haben eine gelbe Karte. Und wir haben eine... Jetzt muss ich mal schauen... Oh nein. Oh, doch. Wer hat sich jetzt nämlich doch verskippt. Ah! Teleporter! Na, schau mal einer an. Danke. Wo bin ich? Äh? Auch hier. Wow. Da wollen wir hin. Gibt's da eine gelbe Tür hin? Es geht hier weiter und dann muss ich nach links. Äh, und dann soll's hier weiter gehen. Aber ich komme noch nicht durch. Das heißt also, mir fehlt noch irgendwas. Ist hier irgendwo eine gelbe Tür? Irgendwas gelb, was ich mal gesehen habe. Alter, ich höre schon wieder Monster. Deckt mich. Irgendwas gelbes brauchen wir. Ähm, ich finde nur nichts. Ja. Würde ich mal sagen... Soll's nicht mal hier hingehen? Oder geht noch was rein? Wie geht denn für den Weg rein? Ah! Ich hab jetzt aber auch keine Lust darauf gekriegt, die gesamte Map jetzt hier abzusuchen. Nach einer selben Tür. Wo waren wir denn noch nicht? Ähm... Äh... Hier ist noch was Weites. Ja, komm. Laufen wir noch ein bisschen rum hier. So. Ach ja, hier war ja noch was. Oh. Äh... 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 Hier ist noch was Weites. Interessant. Eigentlich will ich hier gar nicht rein. Vor allem ging hier noch auf die andere Seite den Weg lang, glaube. Hä? Nee. Ging hier nicht noch den Weg lang? Bin ich verwirrt. Ich hab keine Ahnung. Gut. Dann gehen wir mal hier lang. Achso. Das ist der Bereich hier. Nein. Gut. Hat uns also auch nicht viel gebracht. Wir brauchen irgendwas gelbes. Nein. Hm... Na komm, die geht auch. Wow. Was war das denn gerade? Okay. 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 Ähm... Ja. Danke. Nett. Achso. Ha. Ja. Das war hier, wo ich vorhin die ganzen... Ähm... mich entlöst habe. So. Gibt es hier irgendwo was... Wow. Bin ich wieder hier. Ah. Achso. Das war das Ding hier. Ja. Klar. Irgendwas gelbes. Irgendwas schönes... Jetzt bin ich ja wieder hier. Wollt ihr mich krass verarschen? Alter. Ich kotze gleich. Hier ist was gelbes. Ach ja. Der Schalter mit der Yellow Card. Was ich noch meinte. Mit Yellow Strom und so. Wo? Wo? Ey, ich fick euch alle in den Arsch. Ooooooh. Wo kommt der denn jetzt her, der Ficker? Na komm doch her, du Wixler. Bleibt doch hier. Ey, ich hab deine Mutter gefickt. Hier war ich bereits. Hier war ich auch. Also ist das hier der neue Bereich. Interessant. Oh. Noch einer. Dass die immer alle Krieg wollen. Warum her? Boah. Ach, das ist gut. Sag das doch. Junge, rede doch mit mir. Ich höre dir doch zu. Solange wie du Deutsch sprichst. Andere Sprachen kenne ich nicht. Außer ein bisschen Englisch und ein bisschen Japanisch und ein bisschen... Danke. 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 Leck mich. Ähm. Oh, hey. Danke. So. Hier sind überall Türen. Kontakt garantiert überall. Hier ist ein Fenster. Es gibt also zum Glück doch nur zwei Türen. Okay. Das macht die Sache etwas übersichtlicher. Danke. Ach klar, das ist das Ziel. Aha, ich bin wieder. Hm. Ich glaube, wir haben soweit alles. Ach nein. Bitte nicht. Ich will nicht sterben. Wo bist du von daher? Aber... Ich sag dich, ich will nicht sterben. Nein. Nicht, nicht Los Zolls. Ich hatte Los Zolls. Lass dich doch selber. Ich bin so ein Sohn. Bitch, please. Noch einer? Leck mich. Halt. Wo bin ich hier? Meine Fresse. Och nö. Oh, leck mich. Geh doch kacken. Was? Oh nein. Hilfe. Wo bin ich hier? Äh. Hallo. Oh, komm nachher hier. Ach. Scheiße. Das war doch. Boah. Alter. Oh, gut hier. So. Halt. Komm. Danke. Autsch. Gut. Also die Mohnen sind jetzt alle tot. Das ist schonmal sehr schön. Aber es muss mir nur O5 Secrets geben. Das Problem ist, möchte ich alle Secrets haben? Nein. Vor allem ist für uns noch zwei. Mein Stück. Nur ich hätte gerne volle Rüstung. Nein. Danke. 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 Yay. Woohoo. Ich weiß gar nicht woher, aber wir sind auf einmal wieder voll. Äh, gut. Waffencheck. Aha. Geht nicht. Hä? Achso. Oh, das war falsch. Achso. Brauche ich nicht mehr? Nein, bitte hör auf. Leck mich. Dankeschön. So. Dann brauchen wir, äh. Danke. Nein. Hör auf. Ich dachte ja genau. Ja. Oh. Wir sind schon voll. Warum sagt mir das denn keiner? Männchen Scanner. Muss ich hier auf alles achten. Okay. We're ready for take off. We're ready for take off. Das war gut. Das war schön. Das war gut. Äh. Ist ja wie ein Film. Hehe. Äh. Back to the turn 1. Ja. Und. Dankeschön. So. Vielen Dank, dass ihr mit Air Pandora geflogen sind. Äh. Wir stützen uns ab. Tschüss. Tschüss.